Ich bin der in der Dungeon Master Deaktiviert Der soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören Das ist alles kaputt Das ist alles kaputt Also der Dungeon Master funktioniert nicht Die Beleuchtung funktioniert nicht Dieses komische Gekrissel da funktioniert nicht vernünftig Irgendwo ist doch da der Wurm drin Ich glaube, ich gehe irgendwann mal meine Conflict nochmal durch und schaue mal, ob ich das irgendwie wieder in Ordnung bringen kann. Ja, bis dahin müssen wir erstmal ohne den Dungeon Master leben. Das ist aber, glaube ich, auch nicht weiter tragisch. Oh, hier ist eh Sackgasse. Die anderen Mobs, die haben ja funktioniert. Also soweit ich das gesehen habe bisher. Das heißt, hier ist jetzt irgendwo ein Entity. Dungeon Master, der... ...undern Entity ist. Naja, gut. Ähm, so. Upa. Das, da, da. Was ist das? Dungeon Master. Und weg. Problem gelöst. Hm, schön. Da, da, da schimmert es, da schimmert es durch. Also irgendwie scheint der den Hintergrund oder den Himmel nicht mehr auszublenden. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle, die ich wollte. Die wird wahrscheinlich ein bisschen größer. Ähm. Höhe 700. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie vielleicht tatsächlich auch Mese finden. Da ist Mese. Da, da, da habt ihr es gesehen, eindeutig. Also es wird der Hintergrund nicht ausgeblendet. Hallo Spinne. Wobei ich... Da ja gut, jetzt ist natürlich Nacht, jetzt sieht man es nicht. Wobei ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Aber ich glaube mal Kohle... Ja, Kohle brauchen wir, brauchen wir eh nicht. Ich habe da ein Mese mal eingesammelt. Äh. Ja, da geht es weiter runter, das ist gut. Weiter runter ist immer besser. Da, 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 schon wieder. Ich gucke das mal doch eben nach, ob ich es hinkriege. Kleinen Augenblick. So. Äh. Bin ich wieder da? Keine Ahnung. Hab jetzt auch die Schnelle nichts gefunden. Aber vielleicht habe ich es trotzdem irgendwie hinbekommen. Scheint ja... Na gut, jetzt ist es wahrscheinlich eh gerade Nacht. Kann man sich das nicht eigentlich hier timen? Kann man sich da... Ja, guck mal, hier ist eh gerade Nacht. Wir gucken gleich am Tag nochmal. Nur, erstmal geht es jetzt hier weiter mit Materialien einsammeln. Einfach random Zeug. Oh. Ah, da geht es runter. Mhm. Ah, ich habe da schon wieder... Schon wieder Himmel gesehen. Oh. Ja, Fackeln brauchen wir derzeit extrem, habe ich das Gefühl. Ja, das heißt, wir machen auch mal extrem viele Fackeln. Müssen wir gucken, dass das Holz irgendwie reicht. Ja. So. Guck mal hier. Hier, da. Jetzt geht es nämlich wieder los. Oha. Jetzt, jetzt hier. Hier ist aber... Hier ist richtig viel. Hier ist gut Material. Da ist... Hört ja gar nicht mehr auf. Hallo, Kopfloser. Da ist das Schwert hinüber. Hat ja lange gehalten. Ja, wir nehmen das mal so hin, wir nehmen unsere Spitzhack, um uns zu verteidigen. Meine Güte. Zeug, Zeug, Zeug. Ha, guck mal, der Flugmodus war aktiviert. Ich wusste, irgendwas in der Richtung hätte das ja sein. Da hinten schimmert es auch mal ein bisschen durch, aber das komische Gekrissel ist weg. Irgendwas in die Richtung war das doch. Ich habe es halt nur absolut nicht mehr gefunden. Na ja. Jetzt ist zumindest das Gekrissel weg. Also ein kleiner Teilerfolg ist auf jeden Fall da. Dass es hier immer noch schwarz wie die Nacht ist, wenn man nicht direkt daneben steht, das ist was anderes. Du Arsch, du kannst mich da hinten gleich mal in Ruhe lassen. Rennt zu mir nach, oder was? Ne. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle, von der ich sagen würde, ja. Sowas in der Richtung habe ich gesucht. Ich mache hier erstmal Licht und dann beuten wir das Ganze mal ein bisschen aus. Ja, zumindest bis hier zum Rand, ne? Wie gesagt, also ich bin der Meinung, es ist wirklich dunkler geworden. Was in Ordnung ist, weil es ist eine Höhle. Aber es irritiert mich so ein bisschen. Ich bin so verwirrt. Gut. Also jetzt wirklich alles irgendwie auszuleuchten, das ist ein Unterfangen. Das werde ich auf die Schnelle nicht so hinbekommen. Aber wir sangen einfach mal Material ein. Dann müssen wir uns nämlich gleich eine Travelnetbox machen. Meine Güte, hier, das ist... Oh Junge, so viel Material. Und das sind alle Sachen, die wir brauchen für den ganzen Technik-Kram später sowieso. Also, bevor ich Technik baue, decke ich mich erstmal mit Materialien ein. Und werde diese dann alle komplett verbrauchen. Ja, Silber brauchen wir, Silber brauchen wir hier. Komm, gib her den Kram. Ja? Naja, egal. Du hast doch Material hier nicht bei gesehen. Das macht mich aggressiv. Ja, ja, so ist das. Das ist schon... Ich muss immer wieder sagen, ne? Also, äh... Ah, Mese. So nervig, wie das manchmal ist mit Mindtest, äh... Was so verschiedene Features angeht. Ähm, so geil sind die Höhlen. Also, ganz ehrlich. Versuch sowas mal in anderen voxelbasierten Spielen. Und wir sind noch nicht mal irgendwie tief. Wir sind, äh, noch nicht mal bei minus 800. Was? Minus 800? Zu groß sind die Wellen doch gar nicht. Doch, die gehen bis minus 30.000. Junge. Wir haben Platz ohne Ende. Nur halt leider in der Höhe. In der Breite halt auch nur. Ups, da ist die Fackel weg. Die setzen wir gleich mal wieder daneben. Du haust mal ab hier, du Spinnvieh. Ja? Mitril, mitril. Li, 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 li. Das Mitril lasse ich erstmal. Das werde ich dann später, ähm... In unserem, äh... Vollautomatisierten Lager irgendwie unterbringen. Und da wird es dann gleich mal verdoppelt werden. Weil auch aus Mitril kann man, glaube ich, Pulver machen. Und das Pulver, wenn man das brennt, Hm, es gibt halt zweimal, äh... Zweimal den Barren. Ist das denn alles? Hä, es ist alles Zinn. Ich dachte, das wäre, das wäre jetzt... Na gut, das wäre natürlich, wenn das jetzt alle Silber wäre. Meine Güte. Schon wieder. Haust du ab? Ähm, so. Jetzt würde ich sagen... Da vorne, da vorne. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe unseren Platz. Ich sehe unseren Platz hier eindeutig. Hier ist unser Platz. Hier ist unser Platz eindeutig. Also noch eindeutiger... Ne, also noch eindeutiger geht das nicht. Ja. So, also. Wir brauchen einen Ofen. Ja. Wir tun mal ein bisschen was in diesen Ofen rein. Und wir... Eins, zwei, drei, vier. Gucken mal, was passiert. Währenddessen können wir das Mese schon mal irgendwie aufteilen. Das, äh... So. Ha, 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 ha. So. Ich denke, wir haben erstmal keine Sorgen mehr, was Mese angeht. Wir schreiten da draußen rum. Ist ja alle bekloppt geworden, oder was? So, wir haben jetzt hier 300 Mal... Äh, das Mese-Pulver. Damit sollten wir auf jeden Fall lange genug auskommen, um alles zu machen, was wir machen wollen. Ähm... Reicht natürlich noch lange nicht. Wieso ist mein Inventar so voll? Weg. 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 Upsa. Das wollte ich nicht wegschmeißen. Äh. Weg. 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 Behalten wir mal. So. Kann man dann gleich mal gucken. Hö. Ein Irki. Da hinten ist ein Irki. Und zoomen kann ich nicht. Hehehe. Jetzt krisselt's. Jetzt krisselt's nicht mehr. Äh... Eins... Wo kommst du hier raus? Eins, zwei, drei, vier. Äh... Eins, zwei, drei, vier. Wir machen einfach mal ein bisschen was. So. Ähm... Damit bauen wir uns eine Hacke. Und den Rest, den verarbeiten wir dann gleich auch nochmal. Kurz ein Momentchen warten. Können wir die Zeit mal nutzen, ein Schlückchen uns zu genehmigen. Ähm... 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 Und sonst, äh... Äh... Läuft alles. Ich bin schon wieder rotstichig, aber... Hm. Naja. Lässt sich nicht vermeiden. Das ist der Monitor, der so rotstichig ist. Oder auch nicht. Er wirkt halt nur so. Ich kann natürlich mal irgendwie die Kamera anpassen, aber... Hm. Nö. Nö, nö, nö. Wir lassen das mal so wie es ist. Irgendwann werden wir schon eine vernünftige Lösung finden. So, acht Stück. Reicht noch nicht ganz. Das heißt, eine Runde machen wir noch. Eins, zwei, drei, vier. So, also das hätte ich eigentlich auch im Ganzen lassen können. Naja. So. Dann... Eins, zwei, drei, vier. Und rein in den Ofen. Und dann tun wir noch ein Stück Kohle dazu. Das wird wahrscheinlich sonst nicht... Vielleicht noch ein zweites. Das wird sonst wohl nicht reichen. So. Ähm... Ja, komm, dann nehmen wir das so zurück. Gut, es war blöd. Naja, egal. Äh... Da, 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 dumm... Einer. Immerhin, wir brauchen neun. Für ein... Äh... Für ein Charinette-Box. Und die nehmen wir dann mit. Und dann räume ich gleich erstmal ein bisschen auf. Und dann bringen wir das erstmal nach Hause, das Material. Ihr guckt zu. Ich bin gleich wieder da. So, ho, 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 da bin ich wieder da. Ich hab mal ein bisschen frische Luft reingelassen, weil, äh, ist warm. So. So. D, 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 d. Hab ich mich verzählt? Ich hab mich verzählt. Ich wollte eigentlich zwei Spitzhacken machen, oder? Hm, naja, egal. Ähm... Mal gut, dass ich's mitgenommen hab, ne? Äh... Travelnet. Das war in der Mitte genau, an dem Rand. Klar, so, mit der da... Hier, wo, ein bisschen Eisen. Ne, wir haben sogar zwei Eisen. Sehr gut. Äh... Hm, hm. Hm, 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 hm. Tada! So. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Cheaten zählt, oder nicht. Aber so ist es halt. Ähm. Äh, ja, blablabla. Ist egal, wie die heißt. Es geht ja darum, dass ich kurz nach Hause kann. So, äh, wir müssen zum Herrenhaus. Dann kann man nämlich schnell mal ein bisschen Kram einfach nur sinnlos in unsere Zeugskiste schmeißen. Bäm, 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 bäm. Ja, komm weg damit. Ähm, das Mese, das kommt hier zu, die Mese. Das kommt hier dazu. Kommt hier dazu. Äh. Ah ja, das Mese wollten wir ja benutzen für eine Spitzhacke. Ähm, Schaufel brauchen wir nicht. Spitzhacke brauchen wir, das heißt... Zack. Zack, zack. Fackeln haben wir auch erstmal genug. Bäm, 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 bäm. Hab ich das in die Bergbaukiste? Ich glaube, ich hab das in die Bergbaukiste getan. Ah gut, da haben wir auf jeden Fall auch genug von. Ja, der Cobblestone. Das kommt hier unten wieder hin. Man weiß ja nie. Ähm. Sieht gut aus soweit, ne? Ein Schwert können wir vielleicht noch machen. Wir haben ja jetzt zwei hier vornommen und nutzen wir das für ein Schwert. Däh. Quatsch. Ein nur. So. Ob wir das Schwert dann jemals wirklich so nutzen müssen, wie wir es wollen? Ist egal. So, döle. Äh. Passt soweit. Dann laufen wir einmal außen rum. Obwohl es einfacher wäre, vielleicht einfach einmal durchzulaufen. Aber ey, so ist das halt. Na. Geht's wieder in die Höhle. Und dann... Nehmen wir die einfach wieder mit. Ich weiß nicht. Gilt der schon als Schieten? Nein, ne? Äh. Den Ofen. Ja, mein Gott. Wir nehmen ihn mal mit. So. Und dann können wir nämlich hier schön weiter Material holen. Ohne, dass wir uns ganz groß Gedanken machen müssen, dass wir ja eigentlich irgendwie schon voll wären. Was ist denn hier passiert? Meine Güte. Äh. Dass wir schon voll wären und dann eventuell sterben könnten. Also von daher ist das auch kein Problem. Hier lohnt sich... Ah, siehst du mal. Gut, dass wir eine gemacht haben. Hier lohnt sich's richtig. Ja. Ah, hier Material. Hier Material. Da war noch einer. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Hier auch wieder so viel. Also da scheint es richtig viel von zu geben. Na ja gut, Eisen kannst du immer gebrauchen, ne? Oh, da kommt der Sand. So. Wollen wir unser Schwert mal ausprobieren? Na, jetzt ist er die Spawner. Ne, da ist er. Toll, ein Cobblestone. Hat sich ja mächtig gelohnt. So, ähm... Oh, da oben mal gucken. Ne, wir gehen weiter runter, ne? Zeug, 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 Zeug. Also je mehr Zeug, desto besser, ne? Das Einzige, was wir halt nicht wirklich brauchen, ist Mese, weil da haben wir genug von. Äh, beziehungsweise können wir uns da welches machen. Aber so die ganzen anderen Sachen, da sag ich nicht, nein. Hier auch nicht zu. Und hier auch nicht zu. Und hier auch nicht zu. Na? Machen wir hier überhaupt mal. Oh! Hä? Hm. Hm. Ich hinterfrag das nicht. Ich nehm das einfach so hin. Hm. 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 Mehr von allem. Unendlicher Wachstum in einem endlichen System. Was kann schon schief gehen? So. Wieso gibt's von denen eigentlich immer nur einen? Voll geizig. Ich glaub, so viel Eisen brauchen wir gar nicht, ne? Ne, Kupfer war das hier. Das hellere ist Eisen. Hm. Ne, das hellere ist Kupfer. So ist doch hübsch. Gut. Dann, äh, Fackeln haben wir dabei. Dann lassen wir das hier mal so wie es ist. Und dann gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Gucken wir mal, was hier noch so kommt. Hier zischelt schon wieder einer rum. Wieso stehst du auf meinem Kopf? Was soll das? Hör auf damit. Ich steh nicht auf meinem Kopf. Ähm. Da geht's runter, ne? Da geht's. Ein Miesemonster. Hallo Miesemonster. Soll ich dich mal hauen mit dem Mieseschwert? Ja, ist ja gut. Dankeschön. Praktisch, als wenn hier jemand war und das schon mal ein bisschen abgeglättet hätte. Aber hier geht's auf jeden Fall. Meine Güte. Wir können uns das hier mal zunutze machen. Und mal gucken, ob man irgendwie dadurch erkennen kann. Ne. Wieder aus. Dann würde ich sagen, wir gehen da gleich mal ein bisschen runter. Und dann schauen wir mal, was da unten irgendwie auf uns wartet. Also Lava ist er schon mal nicht. Die wird man ja sehen. Und das Gute ist, ein Dungeonmaster kann es auch nicht sein, weil der jetzt erstmal ausgeschaltet ist. Ähm. Es ist trotzdem sehr finster. Und es ist nicht schön, dass es so finster ist. Weil dann sieht man nämlich nicht, was da unten passiert. Egal. Na. Lassen wir mal das Wasser runter. Joho. Boah. Irgendwas. Wollte da gerade was. Ach, guck mal. Wir sind da. Was hat mich denn da gerade gehauen? Naja. Also, äh, so kommt man auf jeden Fall runter, wenn man irgendwie von unten dann mal gucken möchte, was dann da so abgeht. Ich glaube, ich glaube, ich mache das mit dem Doppelklick ist springen. Warte mal. So. So. Gut. Gut. Jetzt bleibt es aus. Hier gleich der nächste Absatz. So. Ach, meine Güte. So. Meine Güte. Da geht es auf jeden Fall runter. Oh, da geht es auch runter. Gut. Wir machen den Abgrund noch ein bisschen größer. Dann sieht man, dass da einer ist. So. Da hat das Miese-Monster mich wahrscheinlich gerade angegriffen. Wollen wir den mal kurz, kurz sagen, was wir davon halten. Das war nicht nett von dir. Wieso steht da eigentlich ABCDEFG? Alles kaputt hier. Alles kaputt. Alles kaputt. Gut. Das ist eher nur so eine Zwischenhöhle hier, ne? Ja. So, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Wir gehen mal hier runter. Oh, das hat sich ja gelohnt. Ah. Ah, hier geht es weiter. Ah. Da geht es wieder hoch. Und hier geht es dann runter. Okay. Ja. So wirklich geil ist hier das Zeug ja nicht. Ich glaube, wir haben von den meisten inzwischen auch gut schon was. Das war jetzt aber... Ja, das ist ja Eisen. Genau. Aber Eisen haben wir eigentlich genug erst mal. Und hier das Hellere, das ist dann Kupfer, ne? Genau. Ja. Eisen brauchen wir nicht. Eisen haben wir. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo uns diese Höhle hier hinten hinführt. Na komm. Upp, aai, 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 aai. Oha. 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 Gut. Was enorm beruhigt ist, dass uns kein Dungeon Master irgendwie runterschießen kann. Das macht das Ganze wesentlich entspannter. Nehmen wir natürlich gerne mit, sowas. Oha. 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 Höhlen-Tour ist wunderbar. Mal hier mal hin. Ah, guck mal, hier sind wir schon unten. Sehr gut. Meine Güte. Ich wiederhole mich da gerne, aber der Weltgenerator von Mindtest Junge, Junge. Ah, schön. Wir müssten ja bald eigentlich auch so in die Tiefe kommen, wo die dekorierten Höhlen sind. Da wird uns dann nochmal wieder eine ganz andere Welt erwarten. Das wird geil. Da mache ich dann auch eine Travelnetbox hin und die bleibt dann da auch. Das ist dann so unsere Unterwelt-Travelnetbox. Nein, kein Neter, der ist nicht dabei. Ich hoffe, ich habe die Mat überhaupt noch an. Was ist das eigentlich für ein... Chromium. Chromium bringt Ohmium. Den habe ich doch schon mal gebracht irgendwann. So. Na. Komm hier mal mit. Komm es auch mit. Komm es auch mit. Da geht es auch wieder... Ja gut, hier kann man runter. Ah, ich sehe schon ein bisschen Boden. Gucken wir gleich mal, was hier ist. Ah, so viel zum Thema Boden. Na ja, wir bauen uns mal weiter runter. Hier einmal um die Ecke. Genau, hier ist wieder offen. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir sind unten. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also das meiste scheint anscheinend echt für Fackeln drauf zu gehen, ne? Da geht es wieder runter. Wo geht es hier längs? Hier geht es auch wahrscheinlich auch wieder... Ah, da ist Mitril. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann gehen wir gleich da runter. Ach, was mache ich denn da? So. Hallo, Miesomonster. Guck mal, wenn man genau hinguckt. Da stehen Buchstaben. So, kommst du jetzt her und lässt dich erschlagen? Oder muss ich hinkommen und dich erschlagen? Machen wir mal so. Pass mal auf hier. Nee. Nicht. So. Hör auf damit. Hat sich mächtig gelohnt. Oder wir gehen da runter, ne? Also ihr seht schon, das komplette Höhlen-System auszuleuchten, das wird niemals funktionieren. Dazu ist es einfach zu groß. Zu groß, das wird schon gesagt. Und dann packst du dir das. Let's go. Dann packst du es mir ganz genau увидelt. Hah incorporate here. Vielen Dank.